Hallo liebe Köln50667 Fans, ihr habt euch vielleicht auch schon gefragt, was ist da los bei der beliebten RTL 2 Serie. Die Leute haben innerhalb von wenigen Wochen ihren Ausstieg verkündet. Wir haben jetzt rausgefunden, das ist durchaus Teil einer großen Umstrukturierung. Sechs neue Leute werden dafür kommen. Die immer noch sehr beliebte Serie ist nicht mehr ganz so beliebt, wie sie mal war. Sie hatte schon mal 12 bis 13 Prozent Marktanteil, weit über dem Senderschnitt. Das ist sie immer noch mit 8 Prozent gut, aber RTL 2 möchte natürlich gegensteuern. Was dahinter steckt, wer kommt, wer geht, erzähle ich euch im Bild Plus Artikel. Alles weitere im Link und ein kleiner Teaser schon mal. Wir sehen dort in der Serie demnächst jemanden, den wir schon durchaus mit nacktem Oberkörper auf einer Insel gesehen haben.